Äh, hat sie ihr gerade ernsthaft mit dem Hammer auf den Kopf gehauen? Joa, das war nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ähm, ja, eine Monobraue. So kommen wir hier nicht voran. Ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Gucken wir mal hier, ob das hier... Ja, jetzt... Darum ging's. Guck mal, wie rum die Liege hier steht und wie rum sie hier steht. Und wie hier der Arzthelfer dran steht und wie hier, äh, ihr versteht. Ähm, es ging drum, dass ich das umdrehen wollte. Ich bin gerade total perplex, weil die die jetzt einfach ernsthaft mit dem Hammer so voll auf die Rübe gedonnert hat. So, ja, zack, setz dich mal da wieder rein. Okay, du bewegst mal deinen Hintern gleich wieder hier rein. Ähm, es irritiert mich. Es irritiert mich sehr, dass sie jetzt einfach den Leuten mit dem Hammer auf den Kopf kloppt und dann... Ja, ja, dong, geht schon wieder. Oh man. So, wir hören den Wäscheberg von Egg and Terracotta Soldiers. Ähm, Besuch des Gesundheitsministers. Ja, ist in Ordnung, der kommt. Und der Hausmeister möchte weitergebildet werden. Können wir natürlich machen. Ähm, Ausbildungstraining. Äh, Ausbildung, Ausdauertraining meine ich. Emotionale Intelligenz, Zufriedenheit, Motivation, erhöht Tempo und Effizienz. Ähm, ja, Mechanik. Instandhaltung. Ja, ich denke, Instandhaltung ist immer gut. Ähm, wir packen auch hier direkt mal noch jemanden hinzu. Und machen... Ähm... Ja, aber wir machen jemand Externes, damit die anderen zwei weiterarbeiten. Aber dann bilden wir direkt zwei gleichzeitig weiter. Ich denke, das ist ganz praktisch. Ich denke, das ist sinnvoll. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist meine Theorie. Ja, der Gesundheitsminister ist da. Was tun wir? Theoretisch. Theoretisch brauchen wir noch eine Arztpraxis. Und ich frage mich gerade, ob die hier hinten hinpassen würde. Nur mal so ganz... Oh, shit. Ähm, ob die ganz hypothetisch hier hinpassen würde. Und sie tut's. Sieht natürlich kacke aus. Weiß ich selbst. Aber ich könnte natürlich... Hm. Hm, hm, hm. Ich könnte... Ich könnte, ich könnte... Ich könnte es natürlich so machen. Dann haben wir hier wie so einen kleinen Flur. Setze die Flenslis um. So. Und mache jetzt quasi die Tür hier vorne hin. So ging's. Wäre jetzt nicht die optimalste Optimallösung. Aber es würde auf jeden Fall funktionieren. Sagen wir mal so. Es ginge. Hier ist jetzt eh nicht so viel los. Dann ziehen wir die Pflanze auch noch ab. Tun die hier rüber. Kriegen wir hier einen ganz guten Durchgang, würde ich mal behaupten. Und dann passt das so. In Ordnung. Wir brauchen aber auch einstellen. Ich weiß es. Einen neuen Arzt. Und wir haben jetzt hier Behandlung, Diagnostik. Wir brauchen auf jeden Fall Diagnostik, weil das hier ist ja Diagnose. Äh, Patientenzufriedenheit. Und ja, das ist schon mal gut. Oder ja, wobei das hier mit dem Patientenzufriedenheit gefällt mir gut. Positiv wird ganz plötzlich vom Schlaf übermannt. Sein Lieblingsgeschmack ist gelb. Ähm. Schläft zufällig ab und zu ein. Äh. Ja, komm, wir probieren's aus. Wird schon tief gehen. Wird schon tief gehen. Oder was sagt ihr? Ich würde sagen, wird schon tief gehen. Passt schon. Maintenance Announcement. Automated Snack Machines. Nebstocking manually. Ah ja. Okay, wir müssen die Snack Machines nachstocken. Aber das wird schon klappen. Beförderung. Ei, ei. Barbershop Quartett. Die Mitglieder des hiesigen Barbershop Quartetts The Four Fretts. Oder The Four Freets. Glauben fälschlicherweise, dass sie sich bald auf eine riesige Stadiontour begeben. Sie haben nicht einmal Einsatzkräfte für ihr Friseurgeschäft angeheuert. Einsatz? Ach, Ersatzkräfte für ihr Friseurgeschäft angeheuert. Ihre Familien wollen sie nun wegen Rock'n'Roll-Liedes behandeln lassen. Bei erfolgreicher Behandlung kriegen wir Zeugs, ja. Und, äh. So, schickt die einfach weiter. Hier, Barbershop Quartett. Die kommen jetzt hier bestimmt an. Ich bin neugierig. Nachdem ich das jetzt hier mit den Clowns gesehen habe, bin ich neugierig, wie das jetzt so weitergeht. Seid ihr das Barbershop Quartett? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht das Barbershop Quartett. Wo ist das Barbershop Quartett? Ich möchte das sehen. Deswegen warten wir jetzt mal hier im Eingang. Da kommen sie auch schon. Aus dem kleinen roten Auto. Und stapfen direkt hier weiter rüber zur Psychiatrie. Wo ein Psychiater fehlt. Wo ist der? Hier. Du hast genug Pause gemacht. Geh zurück an die Arbeit. Bums. Brav. So. Ansonsten, hier läuft alles soweit ganz gut. Die Schulung ist auch fleißig im Gange. Also langsam, aber sicher, kriegen wir es hin. So, der ist der Nächste, der dran ist. Das ist mit ihr. Wurde ins Zimmer gerufen. Geht also auch noch. Hier vorne ist halt wieder hart Gewusel. Aber, ja. Wir schaffen das schon. Wir warten halt wirklich an allen Arztpraxen. Mega viele. Mega viele Leute. Das ist ein bisschen mühselig. Aber, ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Wo ist denn? Ah, hier. Putz. Putz mal da drüben. Fleißig weiter. Wieso steht denn hier so ein Mülleimer so richtig kacke rum? Das ist ja doof. Können wir die hier... Ja. Ich wollte sie mit Entfernen löschen, aber das geht nicht. Junge Mann. Mr. Brad. Adios. Und hier sieht es aus wie bei Hempelkrempels unterm Sofa. Wie lange dauert denn diese Weiterbildung? Deswegen lasse ich es so ungern mehr wie einen weiterbilden. Und, ja. Das ist echt doof. Schneller. 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 Ich kenne so einen Trick. Schneller. 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 Wobei, der nützt halt auch nur bedingt was. Ja, eine Vielzahl hat freie Weiterbildungsplätze. Ist... Ich weiß. Ja. Neue Krankheit. Rock'n'Rollitis. Die kennen wir schon. Die ist gar nicht so neu, wie ihr denkt. Die Rock'n'Rollitis. Die ist gar nicht so neu. Ähm. Ja. Kann befördert werden. Kann befördert werden. Die Hausmeister sind wieder am Start. Wird auch allerhöchste Zeit. Ähm. Dass die immer sich hier wieder ein bisschen kümmern. Währenddessen hier geht die Behandlung der Rock'n'Rollitis stetig voran. So. Mhm. Ja. Hausmeister platzt halt einfach so mitten in die psychiatrische Behandlung rein. Ja, ich muss hier mal die Blumen gießen. Achtung. Schon geil. Äh. Ja. Hat niemand gehört? Oh, das war's. Äh. Hat niemand gehört? War was? Ähm. Bitte kein Geist. Danke. Und hier. Ja. Ich... Mir bleibt ja nichts anderes übrig. So. Ich hab hier was vergessen. Die da, ne? Ja. Und die auch. Hier ist ein Geist. Kann bitte jemand den Geist? Ähm. Vielleicht. Danke. Heile 20 Patienten. Ja, wir probieren's. Kennt das ja schon. Befördern tun wir auch. Wir versuchen unser Bestes an jeder Stelle. Äh. Mechaniker und Geisterjäger engagiert. Definitiv engagiert. Definitiv hier engagiert. Ähm. Nein, du sollst... ...den Geist jagen. Und ich möchte... Peng! Hab da doch was kräuchen und fläuchen sehen. Hihi. Die Dinger sind enorm cool. Enorm cool. Bring, bring. Eine Sondermeldung. Wir haben alle vier Patienten geheilt. Sehr gut. Ähm. Wir können Mech weiterbilden. Das tun wir auch direkt. Und zwar in Allgemeinmedizin 3. Finde ich geht. Ja. Ist teuer. Aber wir haben genug Geld. Das interessiert doch hier keine... Das interessiert doch hier nur wirklich niemanden. Wir haben... Huch. Warum springen wir da und so komisch? Das ist merkwürdig. Wir haben genug Geld. Das ist alles im grünen Bereich. Pflegeschüler. Ja. Wird alles befördert. Zack. Die Bohne. Alles durch. Einmal befördert. Kein Problem. So. Was ich mir jetzt natürlich überlege. Wir haben hier schon wieder... Ja. Wir brauchen schon wieder noch einen neuen Platz. Damit wir weiter auslagern können. Wir könnten natürlich die Ausbildungsdinger schon wieder hier rüber verschieben. Damit hier halt noch ein Psychiatrie-Raum reinpasst. Das ginge. Das ginge tatsächlich. Aber das macht das so viel Sinn. Ist halt die Frage. Instandhaltung. Wir kümmern uns erstmal hier schnell um die Instandhaltung. Weil irgendwie kümmern sich die Leute hier nicht richtig drum. Ich meine, ich weiß, ich habe hier echt viele Pflanzen und so ein Gedöns. Aber es kann doch nicht sein, dass sich hier keiner drum kümmert. Müssen wir noch mehr Leute einstellen? Also, dann machen wir das halt. Ich meine, im Endeffekt... Wisst ihr was? Wir haben genug Kohle. Also, ich stelle jetzt einfach noch einen ein. So, hier hat Instandhaltung und Geister engagiert. Bäms. Das ist mir jetzt Wurst. Hier stehen schon wieder überall massig Leute an. Hier arbeitet gar niemand. Warum arbeitet hier niemand? Die machen mich wütend. Was macht ihr hier? Schwätzchen halten. Ja, das ist in Ordnung. Und mich darauf hinweisen, dass ich hier was vergessen habe. So, das nämlich. Da liegt nämlich Müll. Müll liegt da rum. Eine freche Frechheit. Die wirfen einfach ihren Müll dahin. Aber was können wir tun? Hier, Update der Öffentlichkeitsarbeit. VIP war beeindruckt. Das ist auch wunderbar. Viele Patienten stehen Schlange vor den Arztzimmern. Ja, das ist ja auch nichts Neues jetzt, ne? Aber was soll ich denn machen? Es ist halt... Wer ist nicht tolerated? Ich habe es nicht verstanden. Mist. Ich könnte natürlich... Ja, weißt du was? Das mache ich jetzt auch mal. Ich wollte damit eigentlich noch ein bisschen warten. Aber dann machen wir das jetzt. Wir machen mal diese Aufnahme. Die haben wir ja jetzt hier... mehr oder weniger freigeschaltet. Und jetzt so groß ist die Mindestgröße. Zack. Dann bauen wir das... Na hier. Ich mache das erstmal... Setze es mal da ab. In Ordnung. So. Weil wenn ich mir das jetzt so recht überlege... Ne, wartet mal. Wir brauchen ja das Riesending nicht. Das lohnt sich erst, wenn wir... Verkaufen. Das lohnt sich erst, wenn wir mehrere da dran setzen wollen. Dafür lohnt sich das dann aber jetzt für so eine Person. Da lohnt sich das nicht. So. Zack. Was ist denn hier für ein Lager? Ich will jetzt mal hier ein kleiner Cheater. Ich mache jetzt mal hier... Ach, es geht nur auf normale Trinigkeit. Äh. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ach. Sehr gut. Ähm. So. Und werde jetzt hier ein bisschen umbauen. So nämlich. So. Und so. Tut mir leid, dass du dir das jetzt anguckst und ich räume das jetzt weg, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich brauche jetzt hier ein Zimmer. Und wen wundert es? Von euch wahrscheinlich niemanden. Nein, das ist nicht schön. So. Wir wollen es trotzdem noch ordentlich machen. und bauen eine Arztpraxis, weil wir haben ja so wenige. So. Äh. Dann eben so. Und so. So. Es nervt mich selber, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir so viele davon brauchen. Weil langsam ist halt echt mal gut, oder? Aber, ja. Kommt was halt so. Zack. Einstellen. Ärzte. Hier. Super. Doppelt Allgemeinmedizin und Behandlung brauchen wir eigentlich nicht, aber das passt schon. So. Zack. Bums. Zack. Bums. Fallera. Das ist hier die Anmeldung. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Äh. Nein. Erstmal. Setz dich da jetzt hin. Reize mich nicht. Junge Dame. Reize mich nicht. Hm. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wo uns das hier noch hinführt. Überall sind hier schlechte Nachrichten und... Na. Spritziges Ende. Ja. Danke, Musik. Sogar die Musik unterstreicht hier unser... Unser Können noch. Drücken wir es einfach so aus. Was ich jetzt mal abchecken muss. Ich muss jetzt mal hier auf Jobs gehen. Und bei den Ärzten was abchecken. Da ist nämlich keiner zugewiesen. So, und ich würde jetzt einfach mal sagen, die zwei, die hier so 80.000-fach auf Psychiatrie ausgebildet sind, die bleiben auch auf jeden Fall in der Psychiatrie. Und, äh, wir nehmen aus der Psychiatrie die anderen, die das auch nebenbei noch machen, auch mal raus. Weil das reicht erst mal, wenn nur die zwei sich darum kümmern. Und mit der Allgemeinmedizin machen wir das dann so ähnlich. Da muss ich jetzt aber mal zählen. Eins, zwei, drei, äh, sechs Stück. Sechs Stück. Sechs Allgemeinmediziner. Das wäre einmal hier eins, einmal hier zwei, hier drei, ja, du nicht. Hä, 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 jetzt haben wir nur drei. Dann du, vier. Jetzt wäre drei, vier. Was haben wir denn jetzt noch? Hm, 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 Behandlung. Ne, Behandlung ist ja eigentlich doof. Behandlung ist, ja, Diagnostik. Du bist auf jeden Fall auch mit drin. Drin, drin, dann werdest du raus. Du bist auf jeden Fall drin und raus. La, la, la. Was haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt haben wir nur fünf. Also einer fehlt noch. Dann haben wir jetzt hier Behandlung und Patientenzufriedenheit. Behandlung und Psychiatrie. Du bist schon drin. Ja, gut. So viele Möglichkeiten bleiben uns nicht. Also entweder Psychiatrie oder Patientenzufriedenheit. Und dann nehmen wir den hier. Das ist ja okay. Und jetzt haben wir hier... Ist jetzt tatsächlich nur noch einer übrig für die beiden Stationen. Sehe ich das jetzt richtig? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl. Eins, zwei für die Psychiatrie. Und einen, der sich die anderen beiden teilt. Aber da die alle hier drüben in dem Komplex sind und nicht so viele brauchen, denke ich, reicht das erst einmal aus. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir nicht so sicher, aber... In meiner Theorie klingt das jetzt echt gut. In meiner Theorie klingt das sogar sehr gut, aber... Ja, ihr wisst, ob das jetzt wirklich so ist, kann ich euch nicht so wirklich beantworten. Schwer zu sagen. Aber... Was ist denn mit dir jetzt? Du musst in die Arztpraxis und setze dich mal vor, bevor der uns auch noch wegstirbt. Das ist nämlich nicht gut für unseren Ruf, wobei der ist großartig. Wie auch immer wir das geschafft haben. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm... Ja, wir müssen Mitarbeiter weiterbilden, aber das würde ich jetzt erstmal aufschieben. Die Beförderung lassen wir mal durchgehen, damit die jetzt alle hier happy sind und uns nicht, äh, ja, verärgert sich ins Pausenzimmer setzen. Ach, Gottchen. Gottchen, Gottchen. Beförderung Mitarbeiter haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Die Personalstimmung, ja, da lässt sich noch ein bisschen was dran machen. Die Krankenhausstufe haben wir tatsächlich fast. Also wenn wir jetzt hier noch irgendwas bauen würden, würden wir das auf jeden Fall erreichen. Mitarbeiter weiterbilden kommt dann noch. Was mir jetzt, was ich mir gerade überlegt habe, wir könnten natürlich hier nochmal jemanden einschalten. Ähm, ja, zum Beispiel hier, wobei es ist wieder Behandlung. Ich möchte ja, hier, ah, hier. Du bist doch super. Diagnostik. Äh, und Dingsbumsi, zack. Ich stelle dir mal ein, die kann da ein bisschen pendeln. Ich denke, das ist ganz gut. Äh, damit es hier nicht zu Stau kommt, weil hier stehen, hier stehen fünf an, hier stehen fünf an, hier unten stehen sechs an. Also hier stehen mega, mega viele Leute einfach vorne an diesen Arztpraxen an. Das macht mich ein bisschen nervös, dass hier so viele in den Arztpraxen anstehen. Aber ich denke, das, ähm, ist vielleicht normal. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe wirklich sehr, dass das normal ist. Ansonsten weiß ich halt auch nicht, was ich tun soll. So, ich halte einfach mal, dass ich mich jetzt hier drum kümmere, dass die Leute, denen es eh schon schlecht geht, dass die ein Stück vor in den Wartebereichen kommen, also in den Warteschlangen. Da kann ich mich ein bisschen drum kümmern. Aber ansonsten, neue Krankheit, Kopfsalat entdeckt. Oh, es passieren noch neue Dinge. Ähm, unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Kopfsalat. Der Patient ist völlig perplex, wird häufig durch Konfrontationen mit neuen Informationen hervorgerufen, die ein völliges Umdenken erfordern. Nach eingehenden Analysen dieses Zustandes haben Wissenschaftler folgende Gleichung aufgestellt, äh, aufstellen können. Verstand gleich erschüttert. Wow. Äh, leider hat diese Gleichung sich als völlig nutzlos herausgestellt. Ja, sehe ich ähnlich. Der Patient wird in die Psychiatrie überwiesen. Oder halt, beziehungsweise hier rüber geschickt. Können jetzt natürlich jemand Augen drauf halten. Wer genau das ist? Bist du das? Ne, du bist hier angestellt. Upsala. Auf jeden Fall jemand, der jetzt hier gleich in Richtung Psychiatrie kommt. Kann er mal ein bisschen vorspulen. Das ist ein Hausmeister, der wird's auch nicht sein. Die Wege sind halt echt lang. Du vielleicht? Diagnose benötigt? Ne. Die. Ah, haben wir nicht geschafft. Okay. Die Wege sind halt echt lang. Also von der einen Seite hier ganz hier rüber und hin und her. Aber wie sollen wir es denn sonst machen? Also es erschließt sich mir keine sinnvollere Möglichkeit, wie wir es anders aufbauen könnten. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt und so weiter, ihr wisst das, ich nehme die sehr, sehr gerne entgegen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich bin da immer sehr dankbar für. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, die weiteren Aufgaben bis zum dritten Stern, die überlassen wir dann mal der Zukunftsmelodie. Ja, ich mache jetzt mal eine Aufnahmpause und mache mal noch ein paar andere Dinge. Unter anderem wahrscheinlich eine kleine Pause und nehme dann noch ein anderes Spiel auf. Müssen wir mal schauen, ob das dann die Tage noch mit auf den Channel kommt oder ob es noch ein bisschen länger dauert. Mal schauen, lasst euch einfach überraschen. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback oder sonstige Sachen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich wollte eigentlich nicht so viel Werbung machen, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt, wäre es lieb, wenn ihr mich abonnieren könntet, würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!